Die Anlage, die wir aufgestellt haben, ist in Louisiana. Die Waldschaft dort heißt Florin. Und da gibt es natürlich spezielle Herausforderungen, was den Süden betrifft, was die Holzqualität betrifft, was die Holzart betrifft vor allem. Sardangelobein ist die Holzart. Das heißt, das ist ein Holz, das sich schwer tut, im Wasser zu schwimmen. Und auch was die Beschaffenheit des Rundholzstammes betrifft, durch die Windverhältnisse unten im Süden, durch die Sturmverhältnisse, die Stämme natürlich, können sie sehr, sehr krumm sein. Und das ist eine Herausforderung. Der Kunde hat spezielle Wünsche gehabt und auf diese Wünsche sind wir eingegangen. Wir sind auch mit dem technischen Team vom Kunden zusammen gesessen und wir sind mit denen das Konzept durchgegangen. Wir haben geschaut, was braucht der Kunde wirklich. Was auch sehr wichtig war dem Kunden, dass wir eine Anlage liefern, die auch einfach zu bedienen ist, aber auch die Stämme, die Langhautstämme optimieren kann und so ein größeres Output auch bringen kann. Die Logs Singulation ist sehr unig in der Industrie und die Industrie in der Industrie und die in der Industrie würde erkennen, das. Aber es hat sich gezeigt, dass es sehr effektiv ist, um, auch von Performance und Reliabilität. Das war eine Innovation, die wir uns nicht kennenlernen haben, mit dem, was wir able to actually transfer blocks, both north and south, und das hat also proven to be effective. Es ist sehr benötig für uns, was wir daily in den dailyen Operationen machen. Wir haben eine Akkumulation System, das wir uns zu sort, bei Diameter, die Scanner System, das ist in der System integriert. und es hat eine Signifikation auf unsere Recoverung, nur von den Rekognitionen von Short Blocks. Block Positionen war eine andere Herausforderung. Wir kind of jumped at unsere Saws. Und durch das Prozess, das ist wie wir lernen, wir eigentlich waren Purchasing mehr Blocks, Trees, aus Speck. So, das ist sehr benötig. Was die Leistung bei Boyce Cascade betrifft, wir haben absolut diese Leistung erreicht. Ein großer Vorteil für Boyce Cascade ist, dass mittlerweile die Produktionsstunden sehr minimiert werden konnten. Wir sprechen hier von einer Verringerung einer Schicht. Es ist unser Commitment. Wir sind an Ort und Stelle. Wir sind auch nur ein paar hundert Kilometer entfernt mit unserem Ersatz-Train-Lager. Wenn etwas passiert oder wenn etwas bricht, sind wir innerhalb von ein paar Stunden vor Ort. Wir haben mittlerweile Firmen, die auch für uns Ersatzteile produzieren. Wir haben ein Ersatz-Teil-Lager in South Carolina. Zudem haben wir ein 24-Stunden-Service. Der Kunde kann jederzeit anrufen und wir sind einfach committed. Es ist ein langer Prozess, aber Springer USA hat nicht gewusst. Sie hat es gewusst, und sie haben sehr, sehr gut zu stehen für ihre Produkte. So, ein guter Deal.